Ich weiß ja, dass es manche nicht immer leicht mit der SPÖ haben. Ich selbst habe auch manchmal meine Diskussionen mit meiner Partei. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass es auch gut wäre, diesmal einen Vorzugsstimmenwahlkampf für Jörg Leichtfried zu führen. Einen Vorzugsstimmenwahlkampf für eine linke Stimme in der SPÖ. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich diesmal deine, eure, ihre Vorzugsstimme bekommen würde, um ein Zeichen zu setzen, dass es auch manchmal ein bisschen anders geht.